Moin Moin und Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, diesmal Subnautica B-Low Zero. Ja, für ein Winterprojekt ist das eigentlich ziemlich gut geeignet und da dachte ich mir, wir spielen das Spiel und wir haben noch eine zusätzliche Challenge, die wir auszuprobieren können. Überleben, freies Spiel, Hardcore, Kreativ oder halt Benutzer, aber wir werden heute mal so richtig hart sein und werden direkt mit Hardcore anfangen. Let's go! Das ist das weitest, dass ich dich auf die Spacepunkte bin, Robin. Du bist sicher, dass du das willst? Die Forschung ist in alles. Es ist für mich, und Sam. Wir müssen wissen, was passiert. Die Meteor-Storm. Ich kann es für die Verküren von Alterra's Augen benutzen. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Approaching 45, 46 feet. Surface temperatures... Drop plant deployed. Bolt grünen lasst das zusammen. Willkommen zu 45-46-10. Enjoy your stay. New blueprints synthesized. Eieiei, dieser Hagelsturm hier. So, komm, hier muss noch was liegen. Flasche. Gibt's hier noch was? Ne, hier gibt's gar nichts. Nur diese dämlichen Fackeln. Äh, die brauchen wir nicht. Die können wir weg. Äh, okay. Holy smokes! Das ging nicht wie geplant. Ich sollte einen Weg in das Wasser finden und ins Drop-Pod kommen. Also, neben so einen Asteroiden oder Meteoriden, ey. Also... Das ist schon heftig, ey. Aber, naja. Das ist typisch Halter als Subnautiker. Irgendwas muss ja passieren. So. Ähm... Wir müssen zu unserer Gapsel 180 Meter entfernt. Das geht ja noch für klar. Und, äh, ja. Wir müssen auf jeden Fall extrem aufpassen, weil, wenn wir jetzt missbauen, ähm, ja, ist Game Over. Also, weil wir haben nur ein Leben, weil wir auf Hardcore eher spielen. Und... Da müssen wir uns extrem vorbereiten, falls wir irgendwelche Tiefen gehen oder so. Äh, ich kann mir ehrlich gesagt hier keine Fehler erlauben. Deswegen sollte man hier so gut wie möglich alles mitnehmen, was geht. Äh... Damit wir auch, äh, erfolgreich auch vielleicht nicht da runtergehen können und so, ne? Genau da... So, wir brauchen... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Äh, nein, 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 nein. Es kann nicht erst Game Over sein. Alter, wer war alter... Drop Pod? Genau das meinte ich, wenn man nicht aufpasst. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Altera on 4546B. When we were thrown together as base mates at Outpost Zero. She spoke often and fondly of you. I thought you should know. It didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to, Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and... There might still be information to be found there. It has a big radio tower. Impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. Well, Sam. I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio towers is easy to spot, as Will said. Oo. Gah. Gah, diese Mega Texte, ey. So. Und ich vergaß... Wir kriegen ja keine Sauerstoff-Warnungen mehr. Da müssen wir auch voll auffassen, ey. Weil fast wäre, ja, game over gewesen und das Let's Play wäre dann beendet. Und das wäre echt sehr tragisch, wenn das schon gleich in der ersten Minute passieren würde, ey. Ne, 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 ne. Ich muss mehr aufpassen, ne? Was? Versorgung? Wo denn? Achso, da. Okay, kurz hoch. Ähm, wo sind die Pflanzen? Das sind doch die, ne? Ja. Äh, wie viel Platz haben wir noch? Ah, mehr als genug, okay. Da ist noch eine Blase, Fisch. Bleib mal stehen. Bleib stehen! Habe ich dich. Ups, wir müssen nach oben, ey. Oh mein Gott. Okay, und wieder runter. So. Auf jeden Fall brauchen wir echt die Taucherflasche. Ja, das, was ich gepinkt habe. Auf der rechten Seite. Dort müssen wir machen. Wo sind diese komischen Dinger? Äh. Das müsste doch irgendwo hier sein, oder? Das gibt's doch nicht, ey. Warum finden wir nix? Oh mein Gott, wir müssen nach oben, ey. Nein, 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 nein. Oh je, 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 oh je. Junge, Junge, Junge. Die müssen doch irgendwo hier hängen, oder nicht? Ja, da. Die habe ich gesucht. So, wir haben zwei Stück. Drei, vier. Okay, das sollte erstmal reichen. Weil aktuell können wir jetzt nichts mehr machen. Außer erstmal zurück zur Base gehen und dann die Sachen craften. So, Fisch, dich packe ich erstmal weg, ey. So, Base ist dort. Und das holen wir uns auch noch. Wunderbar. Da ist noch ein bisschen Quarzi. Okay. Junge, ich mache schon welche Sachen, das ist nicht mehr feierlich. Ich muss hoch. Ich muss schon wieder hoch. Wir brauchen Luft. Wir brauchen unbedingt die Sauerstoffflasche. Besser. Aber das Sammeln. Das ist auch so wichtig, ey. So, du. Du. Okay, da. Puh, okay. Ich bin ein bisschen nervöser, wenn ich in eine Unbekannte Umgebung bin. Aber, Glückwunsch, dieses Biome hat eine Menge Minerals, die ich für Tools und Upgrade benutze. Ich wollte nicht mehr andere Situationen, wie Bezantos V. Als Xenoworks droppede mich, da waren gar nicht mehr Ressourcen. Ich habe die Lande über drei Monate mit einem Knife, mein Glückwunsch PDA, und ein Rope. Ah, okay. Die haben wir auch noch nicht. Warte mal, Wasser, ne? Das sollten wir auch mal machen. Äh, nee. Fasergewebe? Wieso haben wir keine? Achso, die können wir noch nicht machen, weil wir noch keine Flasche haben. Aber das Messer können wir jetzt noch machen, ne? Ja. Okay, wunderbar. Das Messer hätten wir. Ja, das brauchen wir nicht. Ah. Das hier sehe ich auch als sehr wichtig an. Kupferdraht brauchen wir aktuell nicht, ne? Nee. Wir brauchen diese Geiselkörbchen. Okay. Ähm. Genau. Erstmal futtern. Äh, Trinken haben wir auch noch. Oh mein Gott. Okay. So, dann wollen wir mal. Wir haben jetzt... Er ist noch nicht nachts, ne? Aber das ist ein Blasenfisch. Nein! Alter, wie schnell seid ihr? Abstehen. Ach, leck mich doch am Arsch, ey. Scheiß Fisch. So. Du. 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 So. Okay. Das heißt, wir müssten wieder zu dieser eine Stelle zurück. Und dann halt, äh, ein bisschen messern. Und wir müssen gucken, wo diese Geiselkörbchen sind. Die müssten sich doch auch irgendwo, äh, nö, befinden. Ne? Hier, da haben wir welche. Da haben wir welche. Weil das ist schön. Okay. Da gehen wir noch nicht hin. Wir müssen vorbereitet sein. Vorbereitung ist das A und O. Oh, da liegt sowas, ne? Guck mal da. Fragmentstück. Das haben wir nicht. Wir haben keinen Scanner. Okay, danke für das Essen. Ähm, wir können jetzt craften, glaube ich, ne? Ja. Okay. Äh, nein, nein. Warte mal. Blasenfisch. Ey, was brauchen wir denn überhaupt? Ah, Silikon-Gummi. Warte mal. Da hatte ich doch einen, ne? Ja. Okay. Okay. Ach so, stimmt hier. Diese Pflanzen, die haben wir auch noch nicht. Das haben wir noch nicht. So. Ja, da müssen wir erstmal die Pflanzen suchen. Die kommen da nicht durch. Wo sind die? Das sind die doch, oder? Okay. Okay. 10 Meter, das geht ja noch. Verklagen. Neue Blueprints synthesized. Okay. Supi. Ich hoffe... Wie viele haben wir jetzt denn? Vier Stück. Okay. Ich hoffe, das sollte reichen. Da liegt ja noch so eins. Wir brauchen das. Da stande was? Siegel, ne? Ja, Siegel. Äh, Siegleiter. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Was mache ich denn, ey? Ich sollte mal mehr auf die Anzeige achten. Ich sollte echt mal weniger reden und mich mehr mal irgendwie konzentrieren, ey. Aber nein, was mache ich denn da? Wir versuchen ja wieder zu ertrinken hier, ey. Oder zu ersticken. So. Okay. Okay. Endlich. Bessere Flasche. Das ist nice. Okay. Dann werden wir schon mal Reparaturwerkzeug. So, das ist schon mal nice. Ey, wir haben so viele Fische, ne? Junge, wie viel habe ich denn? Warte, warum koche ich denn so viel, ey? Die könnten wir auch einfach hier so lagern. Scheiße, was brauchen wir denn überhaupt für diese Batterie? Kupfer. Kupfer haben wir doch. Okay. Nee, das brauchen wir nicht. Aber das sollten wir mal lieber craften. Fall der Fälle. Nee, was fehlt denn denn? Titan. Haben wir eigentlich keinen Titan, oder was? Doch, haben wir. Ähm. So, jetzt könnte ich das auch mal craften, ne? Ja. Sehr schön. So, machen wir hier mal weiter die Story. So, jetzt geht's die Batterie in Titanium. Jetzt kommt ein Scanner. Every Xenobiologist's favorite tool. This planet has some fascinating flora and fauna. I can't wait to learn about them. This will also give me access to a greater tool set. I'm assuming Alterra left behind tech that I can scan for blueprints. That should make surviving and exploring out here a bit easier. Don't worry, Sam. I haven't forgotten I'm here for you. But it can't hurt to do a little research on the side, right? I know you'd have done the same. I will find out what happened to you. I promise. Okay, das haben wir auch schon. Äh, ja, Messer haben wir. Scanner haben wir. Das haben wir auch. Äh, was haben wir auch schon? Was sollten wir denn noch nehmen? Äh, Taschenlampe. Da bin ich mir nicht so sicher, ob man das überhaupt benötigt. Da habe ich bis jetzt noch keinen wirklichen Sinn irgendwie. Ich meine, das ist so hell, dass man überhaupt keine Taschenlampe irgendwie wirklich benötigt. So, jetzt können wir notfalls, äh, ja, Notversorgungslager hingehen. So, dann haben wir noch die Nachrichten. Die kennen wir schon alle. Das ist ja für das Story hier ein bisschen. Ein bisschen Hintergrundgeschichten. Er gönntet man auch. Luftpumpen, bla bla. Und was haben wir hier? Was ist zu überleben? Okay, 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 okay. Dann haben wir noch von Sam noch die ganzen Nachrichten. Die können wir dann später auch noch reinziehen. Äh, so. So, wichtig ist... Ja, pack deinen Scheiß weg. So. So, wir haben jetzt... Was war das? Achso, hier. Ja, Mann, jetzt geht's los. Jetzt können wir scannen gehen. Hi, bleib stehen. Du bist meine Wasserflasche. Bleib stehen. Okay. So, ähm, da. Die hier brauchen wir. Sehr wichtig. Okay, du bleibst jetzt auch in meinem Inventor, mein Freund. So, wir müssen dann dorthin, ne? Ja. So, dann sammeln wir... Sammeln wir noch ein bisschen Mineralien. So. Mein Gott, ey. Schweres Wort hier, oder was? So. Das auch noch. Scan. Kalksteinung. Rutz. Wunderbar. Äh, wie soll man... Oh mein Gott. Nein, Scholle, Alter. Leck mich doch am Arsch, ey. Ihr wollt, dass ich hier sterbe, ne? Und das direkt in der ersten Folge. Ich mein, wie viele... Versuche waren das, wo wir fast draufgegangen sind? Da waren schon einige Versuche. So, was haben wir denn hier? Da ist nix. Okay. Was fand ich sicher, Volga? Oh, verpisst du euch. Okay. Oh Mann, Alter. Die lenken hier echt einen ab. Äh... Ich muss... Scheiße, wo ist denn das? Da. Was? Was willst du? Alter, ich messer dich ab, ey. So, wir müssen auf jeden Fall Luft holen, ne? Wir dürfen uns nicht von so einer Kleinigkeit hier ablenken. So, und Ende Gelände hier. So, ähm, wo ist denn das? Ich gleich dort, ne? Boah, bitte nicht schießen. So, hab ich dich hier schon gescannt? Ja. Okay. Ja, dich hab ich gescannt, ne? Ja, hundertprozent. Okay. Ja, sonst ist hier gar nix, ne? So, Luft haben wir noch ein bisschen. Achso, hier. Muss ich die auch noch scannen, oder? Ja. Ja. Oh mein Gott, Alter, hat er mich erschrocken. Du Hund. Du Hund, Alter. Das war ein Scanner in Ruhe. Alter, da kam der wie aus dem Nixer und hat mich einfach erschrocken, ey. So. Okay. Ähm, verdammt. Da. So, was haben wir denn hier alles? Gravitationsfalle. Hä? Okay. 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 Ja? As soon as I called it in, they closed off the area. I don't want anyone going in there. But why? Sammy, I'm no biologist, but I think there was something wrong with it. Its skin just seemed off. Alien. An alien? On planet 4546B? No. I'm serious, Sam. Something ain't right. Wish I could show you, but I can't get back in there. You can't. But I might know how to. Whatever you're thinking, we never had this conversation. Okay, another Seegleiter-Fragment. Nice. Junge, Junge. So, just a part of the Seegleiter, right? And then we could play it eventually. So, we should go in that direction. What are you doing there? Riesen-Doch-Fisch. Wer braucht denn ne Weide? Okay. So. Tu da. Okay, und tschüss. Okay So, wo finden wir jetzt noch einen Seegleiter Und Ah, Höllenschwefe brauchen wir auch, ne Oh, warte mal, was haben wir hier Seegleiter So, nice Okay, das hätten wir Na, komm schon Okay Was Ah, okay Es ist ganz schön gefährlich, was ich hier mache Was ist das Laserschneider Okay Eins von drei Okay, wir sollten hier raus Wir sollten hier raus Wir sollten hier raus Ich habe keinen Bock hier zu ertrinken Okay, da ist unsere Kapsel Okay Okay Das sieht schon mal ganz gut aus Und wieder runter Okay Das sammeln wir auch noch Zack Tafelkoralle Okay Das hätten wir auch Man Man Diese Sammelwut Nervt mich irgendwie Aber wir müssen alles sammeln Wir brauchen das ganze gute Zeug hier Eieieiei So, wo kriegen wir Dingens hierher Was ist das denn Warte mal Das ist ja quasi abgeschlossen Da ist Sauerstoff Das ist gut Okay Warte mal Liegt da noch ein Fragment? Wenn ja Ist das ja einfach gratis Titan No Nee Das ist Gravi Okay Okay, das hätten wir auch Noch mehr Titan Na komm Ich höre da was Ist das von hier? Ach du Scheiße Eine scheiß Scholle Gott Okay Und wieder runter So Äh Da gehe ich nicht runter Weil Das ist sehr tief Und Was hat die gesagt? 200 Meter oder so Warte mal Hier da Da 200 Meter Nein Da gehe ich ohne Seegleiter nicht runter Weil wir brauchen Schon so nach oben Extrem lange Mit dem Seegleiter Wird das dann Tausendmal schneller gehen So Ist da noch Einmal was Interessantes? Ne ne? Warte mal Wir sollten mal Ein bisschen was trinken Hier Oh Guck mal Da ist so viel Zeug Was auf unserem Inventar Ja Wir können noch Sammeln Sammeln Okay Einer geht noch Wo ist der? Da Okay Wunderbar Ups Noch 30 Meter Hui No joke Aber das da Ist ein Lebensretter So Äh Wo ist unsere Base dann? Okay Unser Inventar war voll Na? Ja Was? Ist das von oben Oder was ist das? Schau mal Okay Scheißwetter also Ja muss von oben sein So Dann gehen wir mal gucken Mhm Picked up What sounds like A distress call Who or what Is out here Calling for help Didn't sound human Maybe it's from A remnant Of architect technology In her message Sam's colleague Did say There was something Important here Even if it's just A mimic From one of the More intelligent Aquatic specimens That could be A major find Or if it's From Altera It could have Bearing on What happened To Sam I should Definitely Check it out Okay Wunderbar Äh Diese Materialien Sollten wir glaube ich Haben Ne? Wir schauen mal Genau Äh Stimmt ja Ähm So Einen Schmierstoff Haben wir Kupferdraht Da Werden wir Aus D2 Was machen Warte mal Batterie Was brauchen wir Nochmal für Batterie Also Okay Okay Sei sei Müsste ich mir Nochmal Einmal Kupfer Grabben Okay So Äh Kupferdraht Brauchten wir Noch Ne Ja So Wunderbar Äh Nein Nein Ja Jawohl So und damit haben wir unseren besten Freund den Seegleiter So Okay 1 2 3 4 Ist ausgewählt Warte mal was Ich hab doch die 3 So Ops Okay Äh So Den Rest Den könnten wir dann hier reinlegen Den brauchen wir aktuell noch nicht Das ist gute Food Das will ich noch nicht verwenden Äh Kann man das noch essen? Äh Ja das schmeckt ne Okay So wunderbar Ähm Jaja Brauchen wir nicht So Okay Gut Laserschneider Dann müssen wir gucken wo wir da die Teile finden Okay Amsonsten Äh das ist nur Laserschneider Und ansonsten haben wir alles was wir so benötigen Ne Genau Was haben wir noch hier Frische Kobalte Einige werden Tiere Äh hier unten sind sehr Diebisch Wenn äh Ich es nicht besser wüsste Würde ich sagen Dass sie hinter meiner Ausrüstung her sind Ja Ja Die sind einfach Diebe Lichtstab Metalldetektor Okay Forschung Was haben wir denn da? Äh Galas Dingens hier mit Blei Kalk ist Titan und Dingens Echt? Haben wir nur diese zwei Steinharten nur gefunden? Okay Tiere pflanzen Okay Achso ja Das waren die hier Tiere Ja okay So Dann haben wir noch Datana Warte mal Zu welcher Kategorie gehören die denn? Ah ja okay gut So dann würde ich mal sagen Dann machen wir jetzt noch die Nachrichten von Sam noch Die hören wir uns jetzt mal alle an Und dann ist die Folge dann erst mal zu Ja vorbei So dann wollen wir mal Robin Guess what I got the job I'm going to 4546B Now I'll be able to improve the mechanical avian amphibian under real world stress conditions Listen I know your stance on Elterra But I just hope you're happy Your sis is happy I sure hope my sis is happy I can't wait till we talk again Oh I wanted to ask you something Can you watch my Augie while I'm away? I need someone I can trust to look after my best little potato Potato Listen I tried but that name is just not sticking He's my little octrobite I'll leave the starchy tuberous nicknames to you Anyway if you say yes Thanks baby sis Love you 4546B to Robin Come in Robin Remember when we used to play old timey space explorer? This is kind of like that But it's even harder to communicate Well let's see I got your last message Elterra is not as you put it Elterraizing me Things are going well My project has a new name Say goodbye to the mechanical avian amphibian And hello to spy panglings We're training the bots to mimic the creatures Check out the photo And I think I'm kinda seeing someone I know it's not like me to just find a date Let alone on a mostly uninhabited water planet But Actually you know what Forget I said anything Yeah it's probably not even a real thing But Anyway I'm sorry to hear Xenoworks might be strapped in the revenue department Sounds like they still have you busy Xenoworking though I know there's no way to guarantee An alien intelligence startup will succeed But You've put so much into it I hope they find a way to keep going I know how much it means to you Getting to work at a small place Where you have control over your research Alright I gotta go Later baby sis Love you Hey Robin I got your Augie photo Thanks so much for taking care of him Even though he's a cranky potato Hey The nickname actually fits that way A cranky potato I know he can be a handful But I really appreciate it I'm A bit worried about my other baby The mission One of my panglings found Something Something big But Altera is just like Nothing to see here Honestly Kinda glad you can't answer So you can't You know Rub it in my face Go ahead Bask in the fact that you were A little bit right about them My project is on the line My job My safety Um I heard about Xenoworks Getting bought I'm sorry But at least you still have your job Guess you're One of us now Like it or not Welcome to the Altera Family I should probably go Before I say something I regret Love you Keep your chin up Eye on the alien prize Hey Robin I'm sorry My last message was so Awful I've been under a lot of stress I'm not sure what's going on with anything I can't really talk about it either Oh And I'm definitely not dating anyone on this water planet Don't know what I was thinking there Have I told you how cold it is here? Get this I can't even get my wash and go dry Before the wind freezes the moisturizer in my hair Wild, right? Well Anyway I'm sure you're mad at me after what I said But I I could really use a friend You're my sister I love you I'm sorry Hey Robin I really need someone to know I'm afraid something terrible is going to happen You were completely right about Altera, okay? You were right I was wrong And the cat should be called Potato I admit it Sorry Bad attempt at a joke I just I don't know what to do I guess I should just come out and say it at this point I've said this much already We found a frozen leviathan that's infected with Korra Altera thinks they can use it for something Weapons, experimental treatments A whole range of things But one end of the range is Ugly Dangerous But profitable, of course What if it gets out while we're messing around with it Or worse What if it ends up a bioweapon in the wrong hands I hope I'm overreacting But I don't think I am Anyway Message me back, please I could really use a friend You're my sister I love you I love you I love you